So, wunderschönen guten Abend. Wir befinden uns hier am Würzburger Marktplatz beim Feuerzangen-Bohlen-Revival 2010. Wir fragen mal kurz die Anwesenden hier, was sie davon halten. Schönen guten Abend. Wir haben hier minus 1 Grad. Tipp nicht, plus 1. Ist egal. Der Fahrrad ist rund. Es ist halt ein bisschen voll hier. Man kriegt kaum noch einen Platz. Wir sind froh, dass wir rechtzeitig da waren. Letzte Runde habe ich halb neulich schon durch, aber gut, dass es immer noch ausgelenkt wird. Toll, nächstes Jahr wieder. Auch am 3. Januar. Da hinten sind auch noch Drittanbieter. Es sind auch Frauen, es ist kein Gay-Abend heute. Sag mal, bist du eigentlich, was bist du? Sie ist schwul. Sie ist schwul, sie steht auf Männer. Haben Sie das angemeldet heute? Offiziell? Offiziell, selbst im Radiobahn. Also wir waren da, ne? Wir waren hier. Richtig bösartig. Prost. Bin ich dabei. Bist du eigentlich ein unfreuer Träunz? Das gibt morgen keiner. Zurück. 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 Zurück.